so wunderbar 99 folge wenn ich mich nicht irre und bevor ich jetzt weitermache muss ich erstmal eine kleine vorbereitung treffen und zwar ich muss eine kleine person treffen und bis dahin muss man erstmal hinfahren also machen wir das mal erstmal gucken person ist hier ich weiß nicht warum ich die markierung mache ich kenne den ort ich weiß wo der ist hier wahrscheinlich auch weil ihr müsst es ja nicht mal wissen ich meine ich spiele hier ja jetzt wollen wir mal die sachen auf dem tisch laufen nee dann ist ja mein let's play so jetzt schön auf die tube drücken oh hallo hallo was ist denn hier los so also viele missionen steht muss glaube ich hier bevor kann das sein ich möchte ich würde es ja gerne kommen wir gucken das vor der hundertsten folge gucken uns heute mal die statistiken kann wenn ich schnell vorbei also von den prozent mission 47 von 69 das ist doch nicht so viel wie ich dachte ich muss jetzt wechseln wieder bevor ich ärger kriege der scheiß ist ja aber ich soll ich riskieren moment riskieren wir riskieren queen lebenslange hauptsache wir haben gute musik ich will mal wieder vor allem so hatte ich lange nicht mehr wo das ist so direkt alter spaß alles geht geht für mich aktuell gar nicht klar lieber das hier so viel viel besser radio 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 ga ga so kurz vor der neunsten folge kann man ja mal mal nachdenken was noch kommen könnte ich denke 150 wert auf wenn es nicht ganz ehrlich wenn es nicht also nicht bis wir die hauptsache durch gespielt haben ich weiß ja immer noch nicht ob ich vielleicht noch nach der story noch ein paar missionen machen werde oder nicht mission aber so ein paar keine ahnung wie ich es zeige oder neben mission mache oder sonst was einfach so aus spaß das ist so eine sache vielleicht würde ich das auch ich würde darüber nachdenken dass ich das spiel auf 100 prozent zu bringen aber bei mir ist es zu blöd und beiden mal überlegen mal überlegen dann würde ich auf jeden fall nicht alles on cam machen sondern eher off cam zum großen teil wäre vielleicht schon gewesen wenn ich mit dem taxi her gefahren wäre und danach ein auto cloud hätte egal mir gefällt mir gefällt es so mehr hier ist radio gaga entschuldigung war nicht meine absicht radio gaga ich würde mich interessieren wie viele ich ja hier stimmt hier ist voll vergessen hallo ich sehe sie mich ist zu gerade enthoben ok ok wo ist mein auto hin ok ok lass uns in den hospital nein keine hospital kannst du mich zu den sandyshörern ich habe Menschen da die mir helfen können Cholo Springs Avenue ja guck danke für das noch 20 Sekunden ich hätte die Polizei über mich was was passiert da es nicht es ich helfe eine blöde die 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 Aber nicht ein sehr guter. Hey, ich habe uns durch drei Straßenbahnhof. Wir hatten eine halbe San Andreas-Law-Enforcement. Wir würden uns frei sein, wenn der Mann nicht auf mich auf 100 km. Er hat uns aus der Straße. Wenn du mich verletzt hast, ich dich verletzt. Keine Chance. Sieht, du musst eine bessere Crew finden. Ich habe zwei in der Handlung und der andere auf der Seite der Sonora-Freiwe. Ich brauche irgendeine Crew. Warum? Du kennst jemanden? Wieder. Ich habe das nicht gesagt. Sie haben nichts mit mir zu verbinden. Keine richtigen Namen, keine Anfragen. Ich habe das Geld verlassen. Es ist zu heiß, um mich zu verpacken. Ich werde mich aufgeladen. Ich stehe in der Sicherheitshaus für einen Tag oder zwei. Dann sehen wir, was ich zusammenfassen kann. Verdammt. Ich fühle mich nicht so gut. Bleib Druck auf. Wir sind nicht so weit weg. Das ist es. Hör. Ich bin nicht sicher, was du bist. Aber wir brauchen einen Fahrer. Du lass mich wissen. Wir müssen den nächsten Raub machen. Denn die wäre ganz gut für den Job. Hat die, glaube ich, selber schon herausgefunden, sonst hätte ich die jetzt nicht extra geholt, bevor wir die Mission machen. Ähm. Moment. Da fahren wir jetzt aber nicht extra hin. Äh. 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 Kontakte. So. Einmal wieder abholen lassen. wenn schon eine waffe dann bitte ordentlich so ach da wären wir schon moine herr wie geht es ihnen denn so so trevor nein attentat ist sowieso falsch mein jedoch schon kommen dass wir machen wir haben noch genug zeit dürfte ja eh nur die vor die vorbereitung sein deshalb denke ich ist das kein problem ja dankeschön was sie kennen meinen namen nicht sie habe ich nie hier gesehen alles klar klar echt alles klar ich glaube es alles klar schöner club wo wir eine ecke sitzt wie der letzte pimp hier auf jeden fall schuld heim schuld heim hier das kann man sagen moment so der 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 und der und der und nein wenn ich freue mich hier diese kühle weg jagt Hey. Ich bin glücklich. Also, wie kommt ihr bei diesem Ort? Ich habe es für Jahre altes. Also, ihr müsst wissen Leon, der alten Manager. Leon? Nein. Ja, egal, Mann. Also, was passiert hier? Was passiert hier ist das große Ding. A lange, lange Zeit, in einem langen Ort, da waren drei Leute. Michael, Trevor, und Lester. Und Brad? Ja, ja. Sure, Brad war da manchmal auch. Ich bin, da waren andere Leute, auch. So, uh... Anyway, wir, uh, robben, und lieben, und wir schrauben die Leute. Wir haben quasi eine low-life-artige existence. Aber immer träumen von einer Sache, und einer Sache nur. Die große Sache. Die große Sache. Die große Sache! Die große Sache! Was ist die große Sache? Ha, ha, die Union Depository. Ah, das ist ja. Ja. Ha, ha, ha. So. Also, klar. Da ist wieder ein bisschen Späharbeit machen. Ja. Oh, das ist ja. klar. Die übliche Geplänke, das kennen wir ja schon. Oh, wir sind falsch. Ah, stimmt. Wusste ich nicht. Ja, okay. Das hätte man auch leicht auf der Karte sehen können. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Alles gut. Ah, das ist weg. Okay. So, und das ist auch der letzte, den wir vorbereiten. Der aller allerletzte. Das sieht nicht so gut aus. Man, die Sicherheit sieht leicht aus. Wir senden in ein paar Sprung niggas. Klap, klap. Was hast du gesagt, Frank? Oh, ich sehe es. Mann, die dritte ist einfach. Es ist eine Standardbank. Es geht unter dem Boden. Das ist hart. Das ist nicht das, was die Metals kippen? Genau. Jetzt müssen wir außerhalb der Arcadius Center, auf der Alta Street. Wir können einen Blick auf die dritte von da. Machen wir. Oh, wie geht's? Ich freue mich, was jetzt passieren würde, wenn wir auf Trevor wechseln würden. Ey, Mann, du möchtest es nicht bemerken, aber ich habe ein paar Dinge mit dir geholt. Ich meine, es gibt Zeiten, ich denke, ich muss der Seniorpartner in der Gruppe sein. Von der, wie du und Trevor verhalten. Ah, sorry. Es ist Geschichte da. Ja, es hat mir noch nicht voll erklärt. Nein? Aber es hat mich noch einmal mit dir zu gehen. Aber nicht jetzt. Oh, ich muss mich eigentlich korrigieren, dass es nicht der letzte heißt. Das ist der vorletz... Oh, Entschuldigung. Das ist der vorletzte heißt. Es kommt noch was, was dazwischen kommt. Es kommt noch was, was dazwischen kommt. Ja, fucking eerie, ain't it? Man, du denkst, dass sie mehr als eine Motherfucker auf unsere nationalen fucking Reserven bringen. Ja, huh? Vielleicht sind wir wirklich gebrochen. Trevor, wie geht's? Well... I like clockwork, Mikey. I like clockwork. Zeig mir die Zeit grad die Uhrzeit an, im Game. Jo. Ja. Ich habe noch nicht mit Michael gesprochen, aber er wird auf dem Weg. Er ist obligiert. Was ist das? Es ist nicht so obvious? Busten Brad aus der Klinge. Warum hast du mit Michael gesprochen? Oh, gut. Scheiße. Ich habe dich verdient, Mann. Wenn es nicht so obvious ist, dass du etwas zu machen bist. Du bist ein schwerer Mann zu motivieren. Ich bin 13.30 Uhr. Wir haben zwei Stunden, bevor wir in Murrieta Heights sind. Ich denke, das ist machbar. Weil ich da kein Experte bin, auf dem Bereich des Zeiteinschätzens. Ach, vergesse, wir schauen da schon. Mach mal hinne. Und auch schöne Musik. Mike's Observations fit mit dir. Sei vorsichtig, nicht zu nahe zu der Präsenz. Wir trinken den Alarm. Gute Punkt. Ich will nicht, dass ich ihn für den Breakout schaue. Ah, ja. Ja. Mal gucken, dass er es gesagt hat. Ich wäre glatt, glatt darüber, äh... ...gesprochen. Ja, ja. Die Sicherheit ist interne, eher als externe. Es ist ruhig genug, dass irgendwelche Verkaufungen werden sofort aufgerufen. Und was die beiden nicht wissen, ist, dass es eine spezielle Team von Polen auf Standby 24-7 ist, warte auf ein Signal von der UD. Sie werden nicht auf irgendwelchen Telefonn. Und es hat niemals getan. Mann! Die Leute müssen sich schlafen. Sie sind Polen, aber sie arbeiten für die Regierung. Es gibt nichts, die die Regierungen mehr lieben, als zu akzeptieren, für nichts zu machen. Oh, ja. Das, ist, dass sie nicht tun, und schlafen auf die Menschen. Jetzt, wer das mich daran erinnern hat? Insofern, wenn wir die Völkern fangen, die Leute sich auf den Weg erkennen, die Schlüssel wird die Sicherheitsteam. Oh, es ist die Heroes. Sie haben von der UD, und das ist... Willkommen zu den... ...warte. Ja, was ist das? Oh, okay, die ging verschwindet. Versuch mal da zu bleiben. Ich warte, sie warte, sie warte, aber ich glaube, das wird hier nicht funktionieren. Nein, es wird nicht funktionieren. Wir suchen irgendwo mit Koffer für uns und keine Erkrankungen für sie. Ah, das gleiche Prinzip wie ein Mannsraum. Ja, ähm, ich glaube. Ja, es wird nicht funktionieren. Was soll ich hier für den Job? Where? Under one of the bridges. It's on route and we'll have plenty of cover. It's too open. There's a number of get-outs and we'd be compromised if they were driven off the road into the river. We could recover the cars. With the right equipment we'd all above the road. Fine. A central station is monitoring the cars' positions. If the GPS tracker reads, it's down there in the channel, we'll have red flags all over the place. Fine. What are you thinking? I'm thinking, I don't like being in close proximity to you for extended periods of time. And the same for short periods of time. Oh, there's ways to make minutes go by. I'm thinking, they might be in the tunnel. Don't worry, it's a straight road. They'll come out the other side. Ah, go around. Meet them at the other end. I was hoping, they'd come through here. This tunnel would work for a switch. They go in, you come out. Okay, they'll be back out in the open now. It'll have to be a quick turnaround, but you can hijack the trucks in there. So, we're there. Very close. Ah, you're lost of a shift, right on time. Hey, it looks like we're gonna need some IDs to get in the building this way. I'm assuming that's doable, Lest. IDs I can handle. Onion 86 in sight. Stand by. Hey, I was expecting you 30 seconds ago. Tell that to the traffic. All right. Onion 86 in the building. Yeah. Yeah. If I remember from planning the tool store job. They're excavating the new LS Metro tunnel around here. They take us around the building and find the construction site. Roger that. Looking for a big ass hole. There's your big ass hole. Hover above it while I record what we need. Hover above so I can shoot down into it. So, right that's? Just hold the chopper here. You can do that right? Okay, nearly done. Look good, looks good. No hints at supporting structures for the vault walls. Looks pretty feasible. No steel supports. Okay, I think I got enough information to work with. I think I've got enough information to work with. so flugplatz oder noch besser michael wechseln ich wechsle lieber auf michael wenn das denn möglich ist und nicht zu lange dauert spiel war ich mich jetzt nicht das dürfte auch jetzt okay ich wollte schon sagen ich stehe so 50 meter weiter die eine richtung ja bin wie frankie nach hause ist vielleicht ich habe einen Lester geplanten er wird uns die Option da ist du ein Mann, ich weiß, ich kann aufzunehmen und dann ist Trevor ja, Trevor wird es getan will ich? ich hoffe so, Mann ich hoffe, er hat es zusammen hey, du hast nicht so gut von einem Job das selbst, du verstehst du? ja, ich bin nicht so gut jäuble, biker, eine Mexikanische ein paar chinesische Gangster und einen privaten Armee, okay? Also gibt es das. Ja, aber du hast einfach den FIV und den IAA. Und deine Familie, Mann. Du kennst dich, ich bin Amanda, und ich weiß, die mich die meisten schreie. Ha ha, Punkt an. Also, du sagst mir über diesen Brad-Dunen und den FIV-Dunen? Was ist in Nord-Dankton zurück in der Zeit? Das ist nicht der Zeit. Mann, wir sind zusammen mit dem größten Job, der sich verletzt wurde. Es ist niemals eine bessere Zeit, um mich in auf diese Sache zu spüren. Es ist kompliziert. Klingt echt ein bisschen shady, der Michael. Hey, wenn er etwas hat, Lester wird in Kontakt. Na gut. Dann werden wir das Ausspielen des großen Dings. Können wir uns in die Statistik gucken. Na ja, mal wieder nicht so viel gemacht. Es ist uns halt auch zu lang. Weh, 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 alter. Und Spaß. Na gut. Ich denke mal. Oh, die Mission. Die M-Mission. Das ist gerade, das kommt mir gerade richtig gelegen. Ich denke, die werden wir tatsächlich in der nächsten Folge machen. Da hätte ich Lust drauf. Okay, weißt du was, das machen wir auch so. Tatsächlich. So, ey, wir können weiterfahren. Alles cool. Leute, die machen es sich selbst. Alles klar. Das heißt, in der nächsten Folge, denn diese Aufnahme-Session ist schon direkt vorbei. Obwohl ich nur zwei Folgen aufgenommen habe. Aber egal. Ist ja egal. Ne. Also, in der nächsten Folge, in Folge 100, gibt es dann die Mission, die hier vor uns ist. Die M-Mission. Michael-Mission. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der 100. Folge. Also, bis dann.